Musik Musik Und zu und jeder kostet eine andere Hand an. Die Kinder freuen sich jede Woche, wenn die Clowns kommen, weil sie eine Zeit haben, die ihnen Lachen ins Gesicht zaubert. Der Spaß ist da, aber die lernen etwas anderes auch. Die lernen zum Beispiel Musik oder Tanz oder Jugoleli oder Rhythmus oder Geschichte zählen, improvisieren, spielen und solche Dinge. Wir unterstützen die Roten Nasen, weil die Roten Nasen genau das machen, was wir auch in anderen Bereichen fördern, nämlich Menschen sehr offen zu begegnen, sie willkommen zu heißen, ihre Stärken auch zu befördern. Und das hat uns eben fasziniert. Humor ist wichtig, um den doch ernsten Dingen des Lebens etwas anders zu begegnen. Musik 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 Musik